Angels, Engel bringen frohe Kunde. So steht es in Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Das ist der Weihnachtstext und auch unser Weihnachtstext heute. Die Bibel, sie berichtet sehr natürlich einfach von Engeln. Ganz natürlich treten Engel auf. Im Neuen Testament, in griechisch übersetzt, heißt es Angelus, Angelus. Bote oder Gesandter heißt das übersetzt. Also ein Engel ist ein Bote, ein Gesandter. In den Evangelien werden sie 51 Mal und 23 Mal in der Apostelgeschichte und 67 Mal in der Apokalypse erwähnt. Sie erscheinen also verstärkt um Jesu Wirken auf dieser Erde. Da tauchen sie auf, wie Jesus angefangen hat zu wirken in den Evangelien. Zack, zack, zack sind die Engel da. Komprimiert. Drei Jahre war er unterwegs und auch vorher schon bei der Geburt. Aber sie tauchen weniger auf in der langen Apostelgeschichte, wo die Apostel lange Jahre gewirkt haben. Tauchen sie eigentlich ganz wenig auf. Aber sie tauchen in der Apokalypse, in der Offenbarung, wieder wo die Endzeit beschrieben wird, eine zukünftige Zeit beschrieben wird. Da tauchen sie verstärkt auf. Das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil warum? Johannes, der diese Endzeit, diese Offenbarung, das zukünftige, eine Prophetie erhalten hat auf der Insel Patmos. Auf dieser Insel hat er einen Blick in den Himmel getan. In das Unsichtbare. Das, was wir hier nichts haben. Wir sind real, dreidimensional. Er tut einen Blick in die vierte Dimension rein. Alle Science-Fiction-Filme haben lieber wissen, was das bedeutet. Man sieht mehr. Und genau so ist es. Er tut einen Blick in die unsichtbare Welt, in die Welt der Engel. Wir sind Engel. Was ist ihr Auftrag? Und wie sehen sie aus? Das ist auch spannend. Und was machen sie eigentlich? Hätte schon beinahe gesagt den ganzen Tag. Aber was machen sie? So ewig. Und kann man mit ihnen in Kontakt treten? Und soll man das überhaupt? Das sind auch interessante Fragen. Warum kommen sie in der Apostelschichte so selten vor? Erste Frage. Vorher sind sie da, nachher sind sie da, aber da nicht. Das Ganze liegt an ihrem Auftrag. Es liegt an ihrem Auftrag und an ihrem Wesen. Wie Engel sind, was sie ausmacht. Der Schreiber, es liegt also andersrum gesagt, es liegt nicht daran, dass sie unsichtbar sind. Sie können ja in Erscheinung treten, aber tun es eben da nicht. Es liegt, der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt in 1,14, Sie sind nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, Nee, Entschuldigung, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Also Engel sind dazu da, dass sie dienen, und zwar denen Menschen, die offen sind für die Botschaft von Jesus. Für das Heil, heißt es. Also Engel dient unsichtbar im Hintergrund. Das ist der Punkt. Er dient unsichtbar im Hintergrund. Spektakulär, ich bin einmal einem Engel begegnet. Sehr spektakulär. Muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Das war außergewöhnlich. Ich war damals 1988, ich habe einen Messerstich ins Herz gekriegt und war drei Monate im Krankenhaus. Und in diesen drei Monaten am Schluss hat man eine kardiologische Untersuchung nochmal gemacht. Und da bin ich ins Krankenhaus Traunstein gekommen. Ich komme ja aus Verkürchen, Niederbayern. So, und im Krankenhaus Traunstein war ich eigentlich schon kurz vor der Entlassung. Man hat nochmal einen Herzkatheter eben gemacht, geschaut, was so Sache ist, wie der Stich im Herz jetzt verheilt ist. Ich habe immer noch ein Loch im Herz und ein paar Papillarfäden. Und die Klappe macht nicht richtig, aber mir geht es gut. Auf jeden Fall haben sie das festgestellt. Und wie ich dann da drin war, bin ich auch in dem Krankenhausgarten spazieren gegangen. Und wer das Krankenhaus kennt, da ist direkt eine Bahnlinie daneben. Und die Bahnlinie geht durch den Krankenhausgarten und wir sind da so ein bisschen rumgelaufen. Und ich sehe, wie da so Kinder an dem Bahnübergang an dieser Stange rumturnen, wie verrückt. Haben da geturnt, Quatsch gemacht. Und ich hatte irgendwie Panik innerlich und dachte, wow, da kommt jetzt der Zug gefährlich. Und wollte schon einschreiten. In dem Moment ruft neben mir ein Mann, seid ruhig da drüben, brav sein. Und die waren wie die Zeiserlen standen die. Brav. Ich habe gedacht, wow, das ist ja interessant, so eine Autorität. Ich habe geschaut, wer das ist und so. Und da war tatsächlich ein großer Mann, ein großer Mann, vielleicht 1,90 Meter, zwei Meter. Stark und wie ein Jäger in Tracht gekleidet. Und es sah gut aus. Und ich war zu zweit, ich war mit einem Zimmergenossen unterwegs. Und in dem Moment fängt der Mann mit uns ein Gespräch an. Das war sehr seltsam. Er fragt mich, weil wir ihm ihn so angeschaut haben und gesagt haben, du schaust ja gut aus. Und so in Tracht und so. Und er sagt, ja, glaubt ihr mir, dass ich da ein Messer habe in der Seitentasche? Und wir haben den Mann angeschaut und haben beide bejaht. Ja, ja, das glauben wir, dass du ein Messer in der Seitentasche hast. Jägermesser, war gar keine Frage. Und dann sagt er etwas Außergewöhnliches. Er sagt, ja, Glauben bedeutet, auch das, an das zu glauben, was man nicht sieht. Auch an das Unsichtbare. Das war sehr seltsam. Und dann haben wir uns schon wieder verabschiedet von ihm. Er ist dann gegangen und während er so geht in der Menschenmenge, schwupp war er weg. Vor unseren Augen. Das war sehr außergewöhnlich. So in der Menge, zack, war er weg. Der Mann und ich haben uns angeschaut. Wir saßen ja zusammen im Zimmer, lagen im Zimmer und waren völlig verblüfft von dieser ganzen Situation, weil die war so außergewöhnlich. Später ist mir dann eingefallen, was er gesagt hat, ist ein Vers im Hebräer 11, 1. Glaube ist das, was ich glaube, auch was ich nicht sehe. Ein Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehe. Genau den Vers hat er zitiert. Und wir haben gewusst, wow, das ist was. Da ist uns ein Engel begegnet. Der ist vor unseren Augen verschwunden. Ja, in unserer rationalen Welt, hier vor allem im Westen, da spielt das Übernatürliche scheinbar keine Rolle. Aber, das stimmt gar nicht. Ein Blick auf den spirituellen Markt, den es sehr wohl gibt. In Rosenheim sind wir ja ganz berühmt berüchtigt dafür. Da gibt es Heiler, Meditation, Medien und, und, und. Da kann man sich einen bunten Bumenstrauß der Übernatürlichkeit raussuchen. Was du willst, was das Herz begehrt. Menschen suchen also sehr wohl nicht nur den Materialismus, sondern sie suchen auch das, was man nicht greifen kann, was man nicht sehen kann. Kann man genau erkennen da dran. Engel sind getarnt unterwegs. Undercover. Das ist so genial. Und begegnen uns Menschen. Ich liebe diese Geschichten. Ab und zu hört man sowas. Wo Außergewöhnliches passiert und du fragst dich, wie kann das sein? Ja, eben. Da haben andere Wesen ihre Hände im Spiel. Und der Hebräerbrief, wieder der Hebräerbrief, er sagt es tatsächlich. Im Hebräer 13, 2 sagt er, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben, ohne es zu wissen, manche Engel beherbergt. Das ist interessant. Also seid gastfreundlich. Dann habt ihr auch mal das Vergnügen, einen Engel zu beherbergen. Im Klartext. Engel nehmen Menschengestalt an. Sie sind also nicht unbedingt bemerkbar. Sie dienen uns unscheinbar im Hintergrund. Und das ist das Wesen der Engel. Sie wollen keine Aufmerksamkeit. Sie sind Diener. Sie leben und erfüllen, und dafür leben sie, Aufträge von ihrem Gott, von dem Herrscher. Sie leben dafür, diese Aufträge zu erfüllen. Sie leben zu seiner Ehre, sodass er die Ehre kriegt, wenn Menschen merken, wow, ich habe einen Autounfall gehabt, ich habe überlebt. Wie konnte das denn sein? Wie konnte ich das überleben? Ja, weil da jemand seine Hand drüber gehalten hat. Und dann denken wir an Gott. Und zu Recht. Manchmal erscheinen sie aber auch nicht unsichtbar, sondern als mächtige, himmlische Wesen. So lesen wir es eben in der Weihnachtsgeschichte. Da tauchen sie auf. Lukas 2, Vers 9. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also ich glaube auch, wenn ich so einem Engel mal so live begegne, weißt du, sichtbar, da bin ich dann auch nicht so ganz cool und sage ihm, du, was machen wir denn heute Nachmittag? Nee, da passiert was Außergewöhnliches, ist ja logisch. Ich habe dann erstmal Panik und Angst. Ich weiß gar nicht, wie ich dem begegnen soll. Bin ich ja nicht gewohnt. Oder Vers 13 lesen wir. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge, eine Menge, hier stehen wirklich viele, eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmeln auffuhren. Das ist die Szene. Da sind ein Engel, wow. Dann kommen mehr Engel, wow. Das ist richtig heftig. Und dann zack, schwirren die auch noch vor dir ab in den Himmel. Die waren platt. Die waren platt. Das darfst du mir glauben. Das war ein Erlebnis. Das hat sich eingebrannt in ihr Gedächtnis. Und schauen wir das Wort genau an. Himmlische Herrscher. Das ist ein interessantes Wort. Genau gemeint ist tatsächlich ein Heer. Soldaten. Das sind keine, diese netten kleinen Putten. Diese nackten Dinger da. Wo sie so ein Kerzchen halten. Das ist nicht der Job von den Engeln. Ihr kennt ja diese kleinen Dinger da. Ich habe die früher verkauft als Antiquitätenhändler. Diese kleinen. Nein. Engel sind mächtig. Himmlische Herrscher. Das sind Soldaten. Das sind Heere. Die haben einen Job. Die sind ausgerüstet dazu. Können diesen Job ausführen. Sie sind starke Wesen. Sie dienen dazu, den Willen Gottes umzusetzen. Zu Weihnachten, zur Geburt Jesu, tauchen diese Herrscher vermehrt auf. Bei den Maria, ein mächtiger Engel. Bei Zacharias. Dann bei Josef, dem Stiefvater von Jesus. Oder eben bei den Hürden. Die Engel tauchen vermehrt auf. Sie kündigen etwas an. Sie sind Boten. Sie kündigen etwas an. Wir lesen auch, dass diese Angelos, diese Boten, Gesandte, sie verkündigen mehr. Tatsächlich in Offenbarung 14,6 hören wir wieder von einem Engel. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde wohnen. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Dieses ewige Evangelium wird der ganzen Menschheit verkündigt. Und er sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Das ist die Botschaft. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das ist die Botschaft der Engel. Sie weisen auf Gott und sie sagen, da ist er. Ihn betet an. Ihn verkündigen wir. Wir haben aber auch gehört, dass es diese Engel, lesen wir in der Offenbarung, sie sind, sie schweben am Himmel. Für alle Welt sichtbar. Sie stehen auf dem Meer und zugleich auf dem Land. So groß sind sie, dass sie auf Meer und Land stehen. Dann hören wir von diesen Engeln noch viel in der Offenbarung. Sie haben den Schlüssel des Abgrundes. Das ist auch eine interessante Stelle. Petrus hat ja den Schlüssel, das haben wir schon mal gehört. Aber auch hier hat ein Engel den Schlüssel des Abgrundes. Und warum? Um die Widersacher einzusperren. Das ist auch interessant. Sie sind also eine exekutive Polizisten. Sie sind Gericht. Sie üben Gericht aus gegen die Bösen. Ich mag das immer. Das ist mein Thema Gerechtigkeit. Wer mich kennt, weiß das. Ich liebe es. Es muss Gerechtigkeit geben. Die Bösen müssen gerichtet werden. Sonst wäre es ja umsonst, dass wir brav sind. Das kann ja wohl nicht sein. Nein. Die Braven werden belohnt. Und die Bösen werden gerichtet. Zurecht. Das ist schon so. Sonst treiben sie es ja kunterbunt. Wir sehen das ja immer wieder. Und dann lesen wir auch noch von sieben Engeln, die vor Gott stehen. Sieben Engel, die vor Gott stehen. Auch interessant. Und diese sieben Engel kriegen sieben Gerichtsposaunen und sieben Zornschalen. Also, wow, die Offenbarung, 67 Mal tauchen die Engel auf, lohnt sich zum Lesen. Da weißt du Bescheid, was die alles machen. Aber Engel verkündigen vor allem, verkündigen. Und sie haben zu Weihnachten jetzt eine Botschaft verkündigt. Das ewige Evangelium nämlich. Der Rettung. Das ist der Auftrag von Engel. Christus, der Herr, der Retter. Der Retter ist gekommen. Das ist ihre Botschaft. Es gibt eine Rettung. Es gibt eine Zukunft. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Perspektive. Christus, der Herr, ist gekommen. Die Rettung ist also ihre Botschaft. Dazu nochmal ein Beispiel mit Engeln. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob ich da mal einen Engel begegnet habe, aber ich plaudere mal ein bisschen heute. Ich war unterwegs in Nürnberg und habe Menschen davon erzählt. Es war eine Riesen-Evangelisation. Also jemand hat von Jesus erzählt. Man hat dazu eingeladen. Reinhard Bonke war das damals. Ein deutscher, sehr bekannter Missionar ist gestorben, war in Afrika unterwegs, hat Millionen von Menschen dort erreicht. Erstaunlich, was dieser Mensch erreicht hat. Und er war in Nürnberg. Und dann haben wir gedacht, wow, ich bin dabei. Ich marschiere auch in der Fußgängerzone rum, lade Leute zu dieser Evangelisation, zu dieser Veranstaltung ein und rücke an dem Nürnberger Jugendzentrum KOM, hieß das, glaube ich, damals. Und da saßen so einige Gesellen. Und ich habe mir gedacht, ja, ihr seid mir genau die Richtigen. Euch lade ich mal ein. Ich war so, Kerle. Und auf einmal springt so ein Typ auf und will mich platt machen. rennt auf mich voll zu, auch so ein riesen Lackl vom Mensch, ja, und will mich platt machen. Und in dem Moment, ich war so joggiert, ich war einfach nicht drauf gefasst, ja, plötzlich passiert Folgendes. Ich sinke zusammen auf dem Boden, zack, war weg, ein kleines Häuflein Elend, ja. Und der Typ, so ein Typ, ja, rennt auf mich volle Sahne zu und fliegt über mich in hohem Bogen, ja, und knallt auf das Pflaster. Der hatte so diese Kaube-Stüffel mit Stahlspitzen, ja, die sind ganz unangenehme. Und ich war ja vor ihm, der hat mich nicht mal berührt. Später habe ich überlegt, wow, wie ging denn das eigentlich zustande? Wieso bist du auf einmal, zack, lagst du am Boden wie so ein Häuflein Elend und dann segelt der Typ groß über dich drüber und berührt dich gar nicht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, mei, der ist gestolpert und so. Nee, das glaube ich jetzt eben nicht mehr, sondern ich glaube, da hatte auch jemand seine Hand im Spiel gehabt und hat diesen Mann großzügig katapultiert und mich klein gemacht. Habe ich gar nicht gesehen, war unsichtbar, hat aber gewirkt. Ich bin unbeschalet aus dieser Situation raus, ohne plattgemacht geworden zu sein. Engel dienen der Botschaft der Rettung. Das ist ihr Job, da sind sie dabei. Dass sie Menschen, konnte dann schön die Einladungen verteilen an den anderen, die waren dann etwas gemäßigter. So, und die Botschaft der Rettung, um das geht es. Das sind Engel dabei. Das ist ihr Job, den üben sie aus. Engel dienen Menschen. So, nachdem wir jetzt nun geklärt haben, also was ihre Aufgabe ist, ob sie unsichtbar oder unsichtbar sind, wir haben einige Fragen beantwortet. Ganz entscheidende Frage, sollen wir mit den Engeln in Kontakt treten oder nicht? Das ist eine gute Frage. Vor allem, wenn du den Büchermarkt anschaust, den es so gibt, den esoterischen, da gibt es viele Anleitungen, wie man das machen soll. So, betrachten wir den Profi schlechthin. Johannes. Er hat den Blick in den Himmel getan, 67 Mal hat der Engel erwähnt. Schauen wir, was er uns zu sagen hat. Offenbarung 19, Vers 10. Ein ganz klarer Text, aber nicht genug. Offenbarung 22, Vers 9. Nochmal eine Begegnung mit Engeln. Und wieder spricht der Engel zu Johannes und er spricht zu mir, weil er will wieder anbeten. Hat es nicht gelernt. Tu das nicht, sagt er. Er war so überwältigt von den Engeln, dass er dachte, ich muss den anbeten. Nein, er sagt, tu das nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder. Der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Das sagt der Engel. Bete Gott an. Sie wollen also nicht angebetet werden. Ganz klare Botschaft. Sie suchen auch keinen Kontakt zu uns. Sieht man ja. Nur selten und nur dienend. Und vor allem suchen sie keinen Kontakt, damit wir sie anbeten. Im Gegenteil. Sie verweisen auf Jesus. Sie verweisen auf Gott. Sie verweisen auf die Botschaft der Rettung. Sie verweisen woanders hin. Weg von sich. Ihm sollen wir die Ehre geben. Da gab es doch mal was. Eine Stelle, wir kennen die. Wo ein Engel sehr wohl Anbetung gefordert hat. Lukas 3, Vers 5. Dieser Engel hat einen Namen. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Nämlich Jesus. Und er spricht zu Jesus. Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Denn sie ist mir übergeben und ich gebe, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest. So soll sie ganz dein sein. Also manche Engel suchen die Anbetung. Manche nicht. Weisen auf Gott. Stimmt. Ein Engel und seine Herrschern. Sie suchen die Anbetung von Menschen. Das ist wahr. Sie verkleiden sich als Engel des Lichts, wie er auch heißt. Um Menschen zu begegnen, um sie zu blenden, um sie zu verführen, woanders hinzuführen. Weg von Gott. Von seiner Anbetung. Und er nimmt sie gefangen. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber ich kenne einige Kreise von früher. Ich war Elternbeirat. Da gab es mal Satanisten. Und dann bin ich auch mit dem Kreis Jugendring zusammengekommen. Die haben mich gefragt, du kennst dich doch da aus. Du bist ja Christ. Ja, da kenne ich mich schon aus. Satanisten sind sie langsam rausgerückt. Die rekrutieren an den Schulen und so. Haben sie mich direkt gefragt. Sag ich, ja, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Da muss man aufpassen. Und das gibt es. Wir wissen das. So, aber Halleluja. Ich liebe Gott. Ich liebe Jesus. Ich liebe seine Gerechtigkeit. Das ist so genial. Weil wieder heißt es, ja, also vielleicht muss ich mal anders anfangen. Wie begegnen wir diesen Engeln, wenn die auftreten? Dreist, frech, böse, treten in unser Leben rein. Jesus macht es vor. Er sagt in Lukas 3,8. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Eine klare Absage. Punkt. Weiche von mir. Mit diesen Sachen haben wir nichts zu schaffen. Ich kannte mal eine Frau. Also ihr merkt schon, ich bin da ja ganz gut unterwegs. Die hat mir mal, die ist blind geworden. Und sie hat mir dann offenbart, dass sie als Kind plötzlich eine Engelserscheinung hatte. Und seit diesem Zeitpunkt ist sie verändert gewesen. Es war kein positiver Engel. Sondern sie ist blind geworden. War ganz erschreckend. Also man muss das schon so sehen, wie es ist. Aber, Halleluja. Aber, aber, aber. Immer wieder. Diese Engel werden eines Tages gerichtet. Diese Engel sind, weil sie ihren Herrschaftsbereich verlassen haben, also weg aus ihrer Aufgabe, aus ihrem Dienst von Gott, sind sie abgehauen und haben andere Dinge gemacht, die ihnen passten und haben nicht mehr Gott gediehen. Und diese Engel, weil sie ihre Engel, weil sie ihre Aufgabe verlassen haben, werden gerichtet. 1. Korinther 6, 3 heißt es, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wir, die Gläubigen, werden über diese Engel eines Tages richten, weil sie ihren Aufgabenbereich verlassen haben. Judas 6 heißt es, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Diese Engel landen in einem Gefängnis und werden eines Tages gerichtet. Das ist eine gute Botschaft. Ich liebe das. Warum, letzte Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Engel? Mussten wir ja schon mal grundprinzipiell fragen. Ich denke, es geht darum, dass wir merken, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Hier dieses Dreidimensionale, das ist es nicht. Nein, es gibt eine vierte Dimension. Es gibt etwas, was wir nicht sehen, aber kräftig Anteil an unserem Leben nimmt. In unserem Leben aktiv ist, uns beschützt, bewahrt Schutzengel. Tatsächlich Sachen, wo wir merken, wow, wieso haben wir da jetzt keinen Schaden gehabt? Ja, weil da war jemand. Jemand passt auf uns auf, jemand passt auf uns auf, jemand ist dabei in unserem Leben und guckt, dass wir vorwärts kommen. Halleluja, das ist wunderbar. Darum beschäftigen wir uns mit Engel. Und die Botschaft von Weihnachten ist von Engeln, sie verkündigen eine Botschaft. Euch ist geboren ein Retter, Christus der Herr. Machen wir noch einen letzten Schlenker. Was haben diese Hürden mit dieser Botschaft gemacht? Sie hören, ein Zeichen gibt es für diese Botschaft. Lukas 2, Vers 12. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Pampers gewickelt. In einer Krippe liegen. In Windeln. Ein Kind in Windeln ist das Zeichen des Retters. Das ist sehr abstrus. Da kommt nicht einer mit dem mächtigen Schwert, diese Engel. Nee, da kommt ein Kind, klein, schutzbedürftig, nicht fähig zu retten. Muss selber noch gefüttert werden und abgewischt werden. Windeln. Das ist seltsam. Was bedeutet das für uns? Was ist diese Botschaft, die da drin steckt? Gott kommt nicht in Herrschaft, sondern in Herrschaft, die dient. Er kommt als Mensch, als schwach, als dienender Mensch auf diese Erde. Genauso wie er am Kreuz von Golgatha auch schwach war und dort gerettet hat. Also das scheinbar Schwache ist die eigentliche Stärke. Wir Menschen sind alle schwach. Da ist die gute Botschaft. Wir müssen nicht die Top-Leute sein, Rüstungsschwert und so, ja, und sind unterwegs, rettermäßig, ja. Nein, sondern wir sind schwach da und haben dieselbe Botschaft wie die Hürden. Eine Botschaft der Rettung, die aber nicht in Stärke sich demonstriert, sondern in schwachen Zeichen, in Windeln, ja. In einer Botschaft am Kreuz. Diese Botschaft haben wir. Und Menschen, die sich interessieren. Und schauen wir nochmal zu den Hürden. Die Hürden, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, hey, das schauen wir uns mal an. Sie haben sich überzeugt. Sie sind zu dem Schwachen hin und haben tatsächlich ein schwaches Kind gefunden. Und dann haben sie gemerkt, das ist es. Das ist wirklich der Retter. Nicht ein Herrscher, der über uns herrscht, sondern einer, der uns dient, selber wird wie wir. Ein schwacher Mensch, der uns versteht. Und zu diesem Menschen sind sie hin und haben eine Entscheidung getroffen. Später lesen wir, dass sie überall hingegangen sind. Und das ist auch etwas für uns wichtig. Was machen wir mit dieser Botschaft? Wir nehmen sie an. Wir gehen selber zu Jesus. Wir gucken und verifizieren es und sagen, wow, tatsächlich Jesus. Der rettet mich. Der Mann mit Windeln und der Mann mit Kreuz. Dieser Jesus rettet mich, weil er die Schuld genommen hat. Und dann gehe ich mit der Botschaft zu Weihnachten rum und sage, Christus, der Retter, ist gebrochen. Amen. Amen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Amen. Amen. Amen.